Spürst Du auch, dass Deine Lebensbejahrung wieder stärker wird? Lass uns in dieser Folge darüber sprechen, warum wir so langsam aber sicher in harmonischere Bahnen steuern. Hallo und herzlich Willkommen zu Deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Science-Potentialkoach und Chakra-Therapeutin. Es scheint voranzugehen. So, als befänden wir uns auf den letzten Metern durch eine fast unwirklich anmutende Wegstrecke des Übergangs in eine neue Zeit. Mir wurde am Wochenende noch einmal sehr eindrucksvoll bewusst, wie plötzlich und unerwartet eine Endzeitstimmung über uns hereinbrach und uns in totales Umdenken und in Sinnfragen stürzte. Wir, Du und ich, sind Zeitzeugen eines fast mystischen Vorgangs, der fundamentalen, Erneuerung. Machen wir uns bewusst, das Leben, das Universum, strebt immer nach Erneuerung und nach Vielfalt. Bei genauer Betrachtung offenbart sich, dass beständige Erneuerung und Vielfalt der Sinn unseres komplexen Universums zu sein scheint. So wie der Sinn unserer menschlichen Existenz durch unsere Kreativität und durch unsere geistige Entwicklung zur Erneuerung und zur Vielfalt beitragen. Warum fühlen wir uns dann oft so unwichtig und klein? Ist es nicht so, dass Dein Lebens- oder auch Dein Seelensinn es ist, Deine Einzigartigkeit herauszufinden, diese auszubilden und Dich als ein Teil der verkörperten Vielfalt auszudrücken? Wir Menschen haben eine äußere Welt erschaffen, an dessen Oberfläche wir nun leben. Eine Welt der Komplexität an Technik, Physik, Wissenschaft und Pharma. Eine Welt der unsinnigen Kriege um Macht und Geld. Haben wir ein System erschaffen, das darauf abzielt, jegliches Leben auf unserem Planeten zu kontrollieren, es auszubeuten und in Profit umzuwandeln? Ein System, welches die Seele eines Lebewesens ignoriert. Ich glaube, das konnte nur geschehen, weil wir uns selbst nicht als seelisches Wesen und nicht als Teil der Weltenseele wahrnehmen. Wir reden zwar viel über unsere Seele, doch hören wir viel zu selten auf unsere seelischen Bedürfnisse und wir unterdrücken unsere Seins- oder Seelenpotenziale. Wie schädlich sich das auswirkt, vermag jeder Einzelne für sich selbst zu beantworten. Während unserer bizarren Reise der vergangenen anderthalb Jahre konnten wir spüren, dass unsere seelischen Bedürfnisse sich ihren Weg an die Oberfläche gebahnt haben. Und das aus gutem Grund. Wir Menschen nehmen jetzt eine sehr bedeutsame Rolle im zyklischen Rat des Universums ein. Weil wir uns unserer beseelten Individualität bewusst sind und über unsere Sehnsucht nach Frieden, nach Echtheit und nach Verbundenheit eine neue Zeit erschaffen. Vor Milliarden von Jahren waren es die Mineralien und die Elemente, die bedeutsam für die Erneuerung sorgten. Zum Beispiel durch Vulkanausbrüche, Stürme, Fluten etc. Dann belebte das vielfältige Pflanzen und dann das vielfältige Tierreich unseren Planeten. Jetzt ist es der Mensch, der in einer großen Verantwortung steht und somit auch du. Unsere Gesellschaft und unsere Kultur bringt uns bei, wir seien nicht von Bedeutung. Von unseresgleichen gibt es etwa 7,8 Milliarden auf unserem Planeten und was soll da schon am Einzelnen bedeutsam sein? Um dieser Bedeutungslosigkeit zu entfliehen, streben wir, danach etwas Besonderes zu tun und dadurch etwas Besonderes zu sein. Gelingt uns das nicht, fühlen wir uns schlecht. Doch sagen ein dickes Konto oder ein Status wirklich etwas über uns aus? Woher kommt unsere Sehnsucht, etwas Besonderes zu sein, gut genug zu sein, geliebt und wertgeschätzt zu sein? Ist es möglich, dass wir tief in uns ein mystisches Wissen tragen, dass wir Teil einer wundervollen, sinnhaften Intelligenz sind? Dieser freudigen Intelligenz, die das gesamte Universum durchströmt und sich in allen sichtbaren Formen ergießt? Ist das nicht wundervoll? Du bist wichtig! Das Universum feiert dich als ein Mysterium des Lebens. Du bist etwas ganz Besonderes, voller Geheimnisse, Überraschungen, voll von Talenten und Potenzialen. Lassen wir uns nicht runterziehen von einer Gesellschaft, die uns in den Zwängen der äußeren Welt festzuhalten versucht. Die Nicht-Wertschätzung des beseelten Individuums offenbart uns ein System, welches nicht dem Menschen dienen soll, sondern dem entmenschlichten System selbst dient. Vergiss niemals, dein inneres, wahrhaftiges Selbst bewegt sich und erschafft durch deine Intensität, durch deinen Mut, durch deine Kreativität, durch deine Freude, durch dein Ausprobieren und durch deine Lebensbejagen. Dass du deine Potenziale nicht entfaltest, dass du dein Potenzial nicht lebst, hat bestimmt einen Grund. Doch wer soll dich aus diesem Kokon rausholen? Das kann niemand, außer du selbst. Streif deine Angsthülle ab und mach die ersten Schritte. Dank der Corona-Maßnahmen hatten wir genug Zeit und Gelegenheit zu erkennen, wer und was uns gefällt und was nicht. Wem wir vertrauen können und wem nicht. Wo unsere Sehnsucht liegt und wo nicht. Wenn du dir noch unsicher bist, wo du stehst und wo du hin willst, dann lass uns ganz klar herausfinden, was deine Seinspotenziale sind und was du brauchst. Frage dich, wie lebendig fühlst du dich im Moment? Wie verbunden fühlst du dich mit dir, der Fülle und der Einzigartigkeit deines Lebens? Wisse, dein Leben ist eine kreative Explosion, eine endlose Ausdehnung der Freude. In jedem Einzelnen von uns ist mehr Lebenskraft und Lebendigkeit, als wir uns das vorstellen können. Vielleicht fragst du dich manchmal, woher deine tiefsitzenden Ängste, Blockaden und Muster kommen. Hast du das Gefühl, dass du dich immer wieder in Lebenssituationen wiederfindest, die bestimmt sind von sich wiederholenden Mustern? Fühl mal tief in dich hinein. Fühlst du, dass tief verwurzelt in deinem Sein verborgene Möglichkeiten deines Seelenplanes schlummern, die nur darauf warten, von dir entdeckt und gelebt zu werden? Diese Seelenmöglichkeiten sind deine Seinspotenziale. Vielleicht sind sie noch von einer tiefsitzenden und hartnäckigen Urwunde verschüttet, die du mit konventioneller innerer Arbeit oder emotionaler Transformation noch nicht auflösen konntest. Wenn du glaubst, dass das bei dir der Fall ist, dann lass uns beide mal reden. Deine Seele verkörpert sich ganz unverwechselbar, ganz einzigartig durch dich als Ausdruck ihres Seins. Jeder von uns hat seinen ureigenen Lern- und Wachstumsplan oder Aufgaben, die wir als menschliche Verkörperung unserer Seele in diesem Leben meistern dürfen, wodurch wir als Individuum, als aber auch als Gesamtheit, unsere Vielfalt in die Entfaltung und in die Erneuerung bringen. Die Menschen stehen nun an dem bemerkenswerten Übergang in einen Grunderneuerungszyklus. Alles, was unbeweglich und verknöchert ist, wird der Veränderung Platz machen müssen. Ich weiß, viele von uns tun sich noch schwer, aus ihrem gewohnten Spielfeld auszusteigen. Sie warten noch ab, wie es sich im Außen verändert, wie es im Außen weitergeht. Wisse, wie es für dich weitergeht, bestimmst du selbst. Und wenn wir uns in unserer Selbstbestimmung wiederfinden, uns dieser also wieder bewusst werden und dadurch unseren Lebenssinn entdecken, wird es wieder sinnhaft und lebensfreundlich auf unserem friedlichen, blauen Planeten. Ja, das ist jetzt das, was für uns ansteht. Jeder Einzelne darf bei sich selbst schauen, sich entwickeln und entfalten und trägt damit ganz wunderbar in seiner Einzigartigkeit zur Erneuerung und zur Vielfalt bei. Gehen meine Worte mit dir in Resonanz? Ich freue mich wie immer sehr auf deinen Kommentar und solltest du Unterstützung dabei brauchen, deine Seinspotenziale zu entdecken, dann melde dich gerne bei mir. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda